Hallo hier bei MixiTV. Heute ein Special. 500 YouTube Abonnenten. Genauer gesagt sind es jetzt schon 524. War ein bisschen zu langsam beim 500. Dafür habe ich auch einen Counter. Mal schauen. Hier. Dann darf man tatsächlich discovern. Die Nummer gibt es nachher. Also über 500 Abonnenten. Vielen Dank an euch. Klasse. Ihr macht mir Mut, dass ich noch ein bisschen mehr Folge mache. MixiTV gibt es jetzt seit über einem Jahr. Nächste Woche werden sie bei 100.000 Stück Klick haben. Vielen, vielen Dank an euch. Haben mir was eigentlich überlegt. Erst habe ich gedacht, ich mache so eine Eispacker Challenge und schütte mir was drüber. Aber das ist eigentlich vorbei. Und deswegen. Irgendwas verrücktes muss ich ja machen. Tue ich einfach mal Paddling. Ganz ohne Grund und ohne Spende. Einfach nur Paddling. Mal drüber nähren. So typisch Mixi. War rucki zucki. Und noch was Besonderes. Es gibt diesmal sogar ein Logbuch. Zum 500. Und hier ist auch die Nummer zum discovern für der Coin. Und was ich ganz toll finde. Im Logbuch steht schon jemand drin. Es gibt also schon ein FTF. Und mal schauen, wer FTF gemacht hat bei diesem Video heute. Das war GC Münsterland. Und zwar am 24.09.14. haben die das per Podcast Idee gehabt dazu. Könnt ihr einmal reinhören. Und ihr wisst ja, es zählt die Regel. Wer im Logbuch drin steht, der darf auch online logern. Wo er das macht, das ist mir egal. Bei mir auf jeden Fall nicht. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei Mixi TV. Tschüss, euer Mixi.